Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Scheiße, BJ Blazkowitsch. Carolina, Sie leben. Wenn man in Sackscheißen Leben nennen kann, drei Wirbel pulverisiert. Und Sie? Schädeltrauma, zehn Zentimeter langes Schapnellen darüber, ist noch immer drin. Damen durchtrennt, septischer Schock, zertrümmertes Becken. Gedächtnisverlust, Kriegstrauma, 14 Jahre in der Klapsmühle. Schön, Sie zu sehen, William. Freunde und Kameraden, es ist soweit. Das Regime hat unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen. Alles, was Sie erreicht haben, basiert auf unserem Wissen. Aber... Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Dass wir schwach sind, geschlagen. Nicht den Mut haben, gegen Sie zu kämpfen. Und wie immer, irren Sie sich. Käpt'n Blazkowitsch. Noch immer am Kämpfen, nach all den Jahren. Ich will es. Mit dir. Einfach immer. Am Ende werden wir gemessen, nicht an dem, was wir zerstört. Sondern geschaffen haben. Was zum Teufel hab ich da gemacht? Chaos und Zerstörung, was immer Sie machen. Sie bleiben sich jedem treu. Das haben Sie nur getrieben, Vleskowitsch. Schießen. Erstechen. Wir können uns ein Zwerg machen, Fergus. Meine Mutter war eine Schneiderin. Verkaufte diese Uniform. Blazkowitsch, wie ist Ihr Status? Tja, ich bin ja auf dem Scheißmond.